Eine gut gepflegte Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich im Kreis Leipzig. Die Immobilie wurde 1995 erbaut und wird über eine Gas-Zentral-Heizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Keller sowie einen Tiefgaragenparkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 39 m² beläuft sich die Kaltmiete dieser Etagenwohnung auf 260 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank.